So, es geht um den General der Edge, kommen wir jetzt zurück zu. Mafia 2. So. Ha, ha, ha. Ah, ich sag's euch doch. Eine Granate. Alter, was für eine Granate? Ah, ich hab, na, nur eine Granate. Es ist nur eine langweilige Granate, Jungs. Wo sind sie? Ah, da, ah, da ist er ja. Da sind sie ja. Oh, oh, Vogel. Tot. Der Vogel, er musste dann glauben. Ist er tot? Ist das ein kleiner Sack? Komm, zeig dich. Danke. Ach, und jetzt nimm sie wieder die her. Ma, ihr seid doch echt lustig. Ihr seid doch solche Gaudi-Brezne. Oh, nein, 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 nein. Ihr kleinen Lutscher. Darf ich denn mal diese, diese Vögel ab? Ich hoffe, wir haben hier keine Tierliebhaber. Sonst tut es mir leid, das, es sind sowieso alles nur komische, komische, es sind alles nur, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Jetzt gibt's Beef, hab ich das Gefühl. Oh, nein, ach, Jungs, kommt. Oh, hier kann ich da reinschauen. Nein, natürlich nicht. Wo denn? Ich bin ziemlich überall, wenn ihr das meint. Oh, shit. Okay. Okay. Oh ja, oh ja, oh ja. Wo denn? Ja, ja. Hab dich. Komm her. Ja. So. Ach, beide schon tot. Ha. Ah, sehr cool. Okay. So. Alter, das geht doch wie am Schnürchen. So. Danke. Wow. Das ist abgefahren. Oh nein. Die stolpern alle. Oh, das war eine ganz komische Lache. Ist das hier der Bodyguard? Will er sterben? Ah, ja, ist tot. Sehr gut. Ach, die laufen ja alle nur noch mit Pumpen rum. Oh. Okay. Ich kann auch mit Pumpen rumlaufen. Oh nein. Oh nein. Warum hat jetzt eine Pistole in der Hand? Bist du wahnsinnig? Ah, 100 Männer abgeschlachtet. Ja. Irgendwie schon. Oh nein. Oh nein. Nee, überhaupt nicht. Aber dein Kumpel Joe hat den Durchblick. Nicht wahr, Joe? Was? Verdammt, was soll das? Genau das könnte ich dich auch fragen. Was? Das ist eine komische Sache, hm? In unserem Geschäft gibt's keine Freundschaft. Alter. Du hast der gute Leo nicht beigebracht, als du dem Nass den Schwanz gelutscht hast? Äh. Äh. Was? Du bist so eine Schachfigur, Vito. Er bist du nie gewesen. Okay, okay, okay. Das ist zu krass. Du musst mir jetzt vertrauen. Oh, wow. Ich hoffe, er tut nur so, der Joe, sonst. Ah. Oh, wow. Ja. Ja, ich weiß es natürlich. Oh, nein. Oh, wow. Oh, Mann. Ich werde über den Schwanz lutschen. Oh, Mann. Willst du das alles wegwerfen? Los. Oh, ja. Sehr cool. Das ist mein Style. Das ist doch echt mein Ding. Sehr, sehr, sehr cool. Hä, hä, hä. Oh, da ist ja einer. Oh, 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 oh. Joe, Joe. Alles cool. Los. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ah, da hinten ist er. Da hinten ist er, da hinten ist er. Los. Oh, oh. Stirb. Wo ist denn der? Ach. War das? Ne. Hä? Die Stimme kommt. Okay, jetzt reicht's mal jetzt. Man muss doch mal Prioritäten setzen, ne? Ja, ja. Bald sind wir zu... Oh nein, 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 oh nein. Ja, 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 jetzt. Okay, gut. Gut. Oh nein, oh nein, das ist gar nicht gut. Joe? Ja. Das war doch mal Teamwork, so wie es vom Feinsten ist. Ah, das ist er, 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 das ist er. Oh ja, pumpen, pumpen. Oh nein, nein. Ich will ihn töten, Joe, Joe. Du lässt mich ihn töten. Ja. Oh, komm her. Habe ich ihn, habe ich ihn? Nee. Oh ja. Habe ich nur Leute umgelegt. Das war ziemlich lang. Aua. Für meine Familie. Ah. Ich habe jeden Umgang, der mir in die Quere kann. Oha. Das ist ziemlich böse. Diesmal tue ich's für mich. Scheiß auf. Scheiß Wichser. Oh, wow. Tja, das war's dann, ne? Ich will nur hoffen, dass du weißt, was du hier machst. Das Familienalbum wurde freigeschaltet. Wirst schon sehen. Tja, okay. Was hat er denn von dir gewollt? Oh, nichts. Er hat mir ein Angebot gemacht. Ah. Ah. Da wäre ich auch drauf gekommen. Was für ein Angebot. Ich sollte dich erledigen. Dafür wollte er mich zum Kapo machen. Mit einer eigenen Truppe. Oh. Eben das, was ich mir schon immer erträumt hatte. Oha. Warum hast du es nicht gemacht? Doch, nur. Ich habe Bock. Der war gut. Der war schön. Man muss hier mit einer Pumpe rausgehen. Oder mit einer Magnum. Irgendwie sowas. Irgendwas, was cool ist. Ah, ja. Endlich ist dieser Carlo. Scheiße, was soll das denn? Oh. Ja, er ist erledigt. Erledigt. Na prima. Dann haben wir ihn ja was zu feiern. Was? Los. Fahren wir ins Bordell. Was? Hey, gute Idee. Na komm, Vito. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Okay. Okay, dann treffen wir uns dort. Ich weiß nicht. Die Musik. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Okay. Was ist das große Geheimnis? Äh. Äh. Hey, was ist denn jetzt los? Wo wollen die mit Joe hin? Äh. Nein. Sorry, Kleiner. Die Sache läuft ohne Joe. Nein. Nicht euer scheiß Ernst. Nicht euer scheiß Ernst. Nicht euer Drecks Ernst. Und das war es jetzt, oder was? Hä? Wie bitte? Jetzt habe ich gedacht. Ne, das war es nicht. Ne, 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 ne. Der Joe, der macht Peng Peng und er ist frei. Ne, ne, ne. Nein, das war das Spiel. Das kann nicht jetzt das Spiel gewesen sein. Das kann es nicht gewesen sein. Nein. 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 Nein, 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 nein. Ne, 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 ne. Niemals. Wo kann ich überspringen? Ne. Das glaube ich nicht. Bullshit. Story. Kapitelladen. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Komm, 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 komm. Ne, ne, ne. Ne, ne. Boah, Leo. Boah, ich sage es ja. Wenn es Mafia 3 gibt, ey. Boah, dann werde ich dich so jagen. Jetzt hat... Boah. Ne. Ne. Extras. Komm, ich will weiter. Familienalbum. Vito Scaletta, Joe Barbaro. Nein, 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 nein. Das war es niemals. Ne, 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 ne. Nein, nein. Das sind alles, alles, alles Säcke. Alter. Marty, ihr seid doch alle krank. Ihr seid doch alle krank. Eddie Scarpa. Luca. Ach ja, der da. Der Derek. Tot, tot. Clementi. Tot. Frank Vinci. Den haben wir auch nicht erledigt, ne. Den haben wir auch nicht erledigt. Leo Galanti. Ein Sack. Ein Sack. 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 Nein, ein Sack. So. Ja, der ist auch tot. Nicht wahr, Steve? Brian O'Neill. Sack, Sack. Es sind eigentlich alles Rocker. Oh, nice. Die Stadt. Mike Bruschi. Bla, 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 bla. Okay, boah. Toll. Super. Spielstatistik. Ja, bitte. Spielfortschritt. 71 Prozent. Spielzeit. Acht Stunden. 47. Freigeschalter. Folge 35 von 47. Freigeschalter. Grafiken. Mein Gott, haben wir wenig Frauen gefunden. Tja. Play. Ach so, hieß es nicht Playboy. 55. Ha. Null Steckbriefe. Wir sind echt 23 Kilometer gelaufen, ne? Und 23 Kilometer. Wahnsinn. Und 160 gefahren. Erneut versuchte Mission. Gestorben. 29 Mal. Ja. Ausgeschaltete Gegner. 14 Zivilisten. Nein. Schussgenauigkeit. 33 Prozent. Entdeckung verbrachte Zeit. 12 Minuten. Ja, super. Gefahrene Wagen. 21 zerstört waren. 7 gestohlen Wagen. 175 kmh. Nicht schlecht. Von der Polizei verfolgt. 17 Sekunden. Das war aber auch nicht schlecht. Schlösser geknackt. Playboy-Artikel. Hahaha. Das ist wichtig, dass man davon die Zeit mitmisst. Ach Gott. Nee. Nee. Ich sag's euch nicht. Ich will keine Steckbriefe. Was für ein Kack Steckbrief. Oh Gott. Naja. Gut. Alles klar. Auto zu Klopiati. Oh nein. Oh cool. Ein Polizeiwagen. Alles klar. Der Milchwagen. Okay. Den lassen wir jetzt stehen. Empire Bay Milk. Sehr cool. Wahnsinn. Boah. Das hat mich jetzt. Das bringt mich jetzt total schon wieder aus der Fassung. Das jetzt. Ich hoffe es gibt Mafia 3. Obwohl es schon ziemlich alt ist hier. Aber ich hoffe es gibt Mafia 3. Wo Joe da ist. Wo Vito da ist. Und alles ist cool. Ansonsten. Scheiß. Scheiß auf alles. Scheiß auf alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und würde mich freuen wenn ihr dann beim nächsten Video Film. Film? Könnte man Film machen? So ein Kurzfilm. Ja auf jeden Fall. Unbedingt. Habt die Zeit dazu. Ich hoffe wir sehen uns wieder. Farbe ändern. Oh wie cool. Okay. Die finde ich am coolsten. Die lassen wir stehen. Oh cool. Nein. Ah ja das ist witzig. Okay gut. Ich muss aufhören. Das ist irgendwie schwachsinnig. Viel Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch bis jetzt immer noch gefallen. Jetzt die letzten 60 Sekunden. Und ja. Mit mir freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt Mafia 3. Oder auch irgendwas anderes. Artiges. Mein Name ist Ben. Ich sage für heute. Für Mafia 2. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.